Herzlich willkommen in Dianabad. Auf über 6000 Quadratmetern bietet das Dianabad Eltern und Kindern Badespaß und Erholung pur. Eine 125 Meter lange Wasserrutsche, ein Piratenschiff und ein Wildbach warten ebenso auf unsere Gäste wie das groß angelegte Wellenbecken oder unser Wasserspielgarten. Zahlreiche Entspannungsmöglichkeiten bieten Körper und Geist die Gelegenheit eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und bei einem Urlaub zwischendurch die Seele baumeln zu lassen. Entspannen Sie sich bei einem Saunagang in unserem modernen Wellnessbereich mit Dampfbad und Infrarotkabinen. Lassen Sie sich verwöhnen und genießen Sie eine wohltuende Massage oder Maniküre. Wenn Sie nach dem Schwimmen der Hunger packt, erwartet Sie das vielfältige Speisen- und Getränkeangebot in unserem Restaurant. Sie möchten den Geburtstag Ihres Kindes im Dianer Erlebnisbad feiern? Wir sorgen für tolle Animation und leckeres Essen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wer trennt? Wer trennt?